Willkommen zu unserem Video, in dem wir die sieben besten Fahrradgeometer vergleichen. Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Trainingsgerät für zu Hause sind, das Ihnen hilft, fit und gesund zu bleiben, dann sind Fahrradgeometer eine tolle Option. Sie sind einfach zu verwenden, kompakt und bieten ein effektives Cardioworkout. In diesem Video werden wir die Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle untersuchen und Ihnen helfen, das beste Gerät für Ihre Bedürfnisse zu finden. Lassen Sie uns also gleich loslegen und die sieben besten Fahrradgeometer miteinander vergleichen. Das Ultrasport F-Bike ist ein beliebtes Fahrradgeometer für das Cardio-Training zu Hause. Es ist bis zu einem Gewicht von 100 Kilo belastbar und verfügt über 8 Widerstandsstufen, sodass Sie das Training an Ihre individuellen Fähigkeiten anpassen können. Ein LCD-Display zeigt Ihnen während des Trainings wichtige Informationen wie die Trainingszeit, den Kalorienverbrauch, die Geschwindigkeit und Ihren Puls an. Das F-Bike ist außerdem mit Transportrollen ausgestattet, sodass Sie es einfach von einem Ort zum anderen bewegen können. Der Klappmechanismus ermöglicht es Ihnen, das Gerät platzsparend zu verstauen, wenn es nicht im Gebrauch ist. Der Sitz und der Lenker sind verstellbar, sodass Sie einen bequemen Sitzkomfort genießen können. Zusätzlich zu den Handpulssensoren ist das F-Bike auch mit einer Rückenlehne ausgestattet, die Ihnen mehr Stabilität während des Trainings bietet. Alles in allem ist das Ultrasport F-Bike ein leistungsstarkes und vielseitiges Fahrradgeometer, das Ihnen dabei hilft, fit und gesund zu bleiben. Das SongMix X-Bike ist ein leistungsstarkes Fahrradgeometer, das perfekt für das Cardio-Training zu Hause geeignet ist. Es ist bis zu einem Gewicht von 100 Kilo belastbar und verfügt über 8 Widerstandsstufen, sodass Sie das Training an Ihre individuellen Fähigkeiten anpassen können. Ein LCD-Display zeigt Ihnen während des Trainings wichtige Informationen wie die Trainingszeit, den Kalorienverbrauch, die Geschwindigkeit und Ihren Puls an. Das X-Bike ist außerdem mit Transportrollen ausgestattet, sodass Sie es einfach von einem Ort zum anderen bewegen können. Der Klappmechanismus ermöglicht es Ihnen, das Gerät platzsparend zu verstauen, wenn es nicht im Gebrauch ist. Der Sitz und der Lenker sind verstellbar, sodass Sie einen bequemen Sitzkomfort genießen können. Zusätzlich zu den Handpulssensoren ist das X-Bike auch mit einem Trinkflaschenhalter ausgestattet, sodass Sie während des Trainings hydratisiert bleiben. Mit einer maximalen Belastung von 250 Kilo ist das X-Bike auch für größere Fahrer geeignet. Alles in allem ist das SongMix X-Bike ein leistungsstarkes und vielseitiges Fahrradgeometer, das Ihnen dabei hilft, fit und gesund zu bleiben. Das MySeox MX87 ist ein leistungsstarkes Fahrradgeometer, das perfekt für das Cardio-Training zu Hause geeignet ist. Es ist bis zu einem Gewicht von 120 Kilo belastbar und verfügt über 8 Widerstandsstufen, sodass Sie das Training an Ihre individuellen Fähigkeiten anpassen können. Ein LCD-Display zeigt Ihnen während des Trainings wichtige Informationen wie die Trainingszeit, den Kalorienverbrauch, die Geschwindigkeit und Ihren Puls an. Das MX87 ist außerdem mit Transporthallen ausgestattet, sodass Sie es einfach von einem Ort zum anderen bewegen können. Der Klappmechanismus ermöglicht es Ihnen, das Gerät platzsparend zu verstauen, wenn es nicht in Gebrauch ist. Der Sitz und der Lenker sind höhenverstellbar, sodass Sie einen bequemen Sitzkomfort genießen können. Zusätzlich zu den Handpulssensoren ist das MX87 auch mit einem Trinkflaschenhalter ausgestattet, sodass Sie während des Trainings hydratisiert bleiben. Wenn Sie Ihre Herzfrequenz genauer überwachen möchten, können Sie auch einen Brustgurt separat erhältlich verwenden. Das MX87 ist außerdem kompatibel mit verschiedenen Fitness-Apps, sodass Sie Ihr Training noch genauer verfolgen können. Mit einem maximalen Fahrergewicht von 120 Kilo ist das MX87 auch für größere Fahrer geeignet. Alles in allem ist das MX87 ein leistungsstarkes und vielseitiges Fahrradgeometer, das Ihnen dabei hilft, fit und gesund zu bleiben. Das MX800 ist ein leistungsstarkes Fahrradgeometer, das perfekt für das Kardiotraining zu Hause geeignet ist. Es ist mit einem Gewicht von maximal 120 Kilo belastbar und verfügt über 8 Widerstandsstufen, sodass Sie das Training an individuelle Fähigkeiten anpassen können. Ein LCD-Display zeigt Ihnen während des Trainings wichtige Informationen wie die Trainingszeit, den Kalorienverbrauch, die Geschwindigkeit und Ihren Puls an. Das MX87 ist außerdem mit Transportrollen ausgestattet, sodass Sie es einfach von einem Ort zum anderen bewegen können. Der Klappmechanismus ermöglicht es Ihnen, das Gerät platzsparend zu verstauen, wenn es nicht in Gebrauch ist. Der Sitz und der Lenker sind verstellbar, sodass Sie einen bequemen Sitzkomfort genießen können. Zusätzlich zu den Handpulssensoren ist das MX600 auch mit einem Trinkflaschenhalter ausgestattet, sodass Sie während des Trainings hydratisiert bleiben. Wenn Sie Ihre Herzfrequenz genauer überwachen möchten, können Sie auch einen Brustgurt separat erhältlich verwenden. Das MX600 ist außerdem kompatibel mit verschiedenen Fitness-Apps, sodass Sie Ihr Training noch genauer verfolgen können. Das MX600 bietet auch eine Ergometer-Funktion, das Ihnen ermöglicht, Steigungen und Abfahrten zu simulieren. Dies gibt Ihnen das Gefühl, draußen zu fahren, anstatt auf einem statischen Fahrradgeometer zu sitzen. Der verstellbare Schwerpunkt trägt ebenfalls dazu bei, dass das Fahrgefühl realistischer wird. Mit einem maximalen Fahrergewicht von 120 Kilo ist das MX600 auch für größere Fahrer geeignet. Alles in allem ist das MySeox MX600 ein leistungsstarkes und vielseitiges Fahrradgeometer, das Ihnen dabei hilft, fit und gesund zu bleiben. Das Schwinn Speedbike IC8 ist ein hochmodernes Fahrradgeometer, das perfekt für das Kardiotraining zu Hause geeignet ist. Es ist mit einem Gewicht von 135 Kilo belastbar und verfügt über 32 Widerstandsstufen, sodass Sie Ihr Training an individuelle Fähigkeiten anpassen können. Ein LCD-Display zeigt Ihnen während des Trainings wichtige Informationen wie die Trainingszeit, den Kalorienverbrauch, die Geschwindigkeit, Ihren Puls und Ihre Wattzahl an. Das Speedbike IC8 ist außerdem mit Transportrollen ausgestattet, sodass Sie es einfach von einem Ort zum anderen bewegen können. Der Sitz und der Lenker sind verstellbar, sodass Sie einen bequemen Sitzkomfort genießen können. Zusätzlich zu den Handpulssensoren ist das IC8 auch mit einem Trinkflaschenhalter ausgestattet, sodass Sie während des Trainings hydratisiert bleiben. Wenn Sie Ihre Herzfrequenz genauer überwachen möchten, können Sie auch einen Brustgurt separat erhältlich verwenden. Das IC8 ist außerdem kompatibel mit verschiedenen Fitness-Apps und ANT-Plus-Geräten, sodass Sie Ihr Training noch genauer verfolgen können. Das Fuel Fitness FE100 ist ein leistungsstarkes Fahrradgeometer, das perfekt für das Cardiotraining zu Hause geeignet ist. Es ist mit einem Gewicht von 130 Kilo belastbar und verfügt über 8 Widerstandsstufen, sodass Sie Ihr Training an individuelle Fähigkeiten anpassen können. Ein LCD-Display zeigt Ihnen während des Trainings wichtige Informationen, wie die Trainingszeit, den Kalorienverbrauch, die Geschwindigkeit und Ihren Puls an. Das FE100 ist außerdem mit Transportrollen ausgestattet, sodass Sie es einfach von einem Ort zum anderen bewegen können. Der Sitz und der Lenker sind verstellbar, sodass Sie einen bequemen Sitzkomfort genießen können. Zusätzlich zu den Handpulssensoren ist das FE100 auch mit einem Trinkflaschenhalter ausgestattet, sodass Sie während des Trainings hydratisiert bleiben. Wenn Sie Ihre Herzfrequenz genauer überwachen möchten, können Sie auch einen separat erhältlichen Brustgurt verwenden. Das FE100 ist außerdem kompatibel mit den verschiedenen Fitness-Apps, sodass Sie Ihr Training noch genauer verfolgen können. Der Klappmechanismus des FE100 ermöglicht es Ihnen, das Gerät platzsparend zu verstauen, wenn es nicht im Gebrauch ist. Die integrierten Transportgriffe erleichtern das Tragen des Gerätes zusätzlich. Mit einem maximalen Fahrergewicht von 130 Kilo ist das FE100 auch für größere Fahrer geeignet. Das ISE SY7020 ist ein leistungsstarkes Fahrradgeometer, das perfekt für das Cardiotraining zu Hause geeignet ist. Es ist mit einem Gewicht von 100 Kilo belastbar und verfügt über 8 Widerstandsstufen, sodass Sie Ihr Training an individuelle Fähigkeiten anpassen können. Ein LCD-Display zeigt Ihnen während des Trainings wichtige Informationen wie die Trainingszeit, den Kalorienverbrauch, die Geschwindigkeit und ihren Puls an. Das SY7020 ist außerdem mit Transportrollen ausgestattet, sodass Sie es einfach von einem Ort zum anderen bewegen können. Der Sitz und der Lenker sind verstellbar, sodass Sie einen bequemen Sitzkomfort genießen können. Zusätzlich zu den Handpulssensoren ist das SY7020 auch mit einem Trinkflaschenhalter ausgestattet, sodass Sie während des Trainings hydratisiert bleiben. Wir hoffen, dass unser Review Ihnen bei der Wahl des für Sie passenden Fahrradgeometers geholfen hat. Denken Sie dran, das Wichtigste beim Training ist immer Ihre eigene Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Willen Sie also ein Gerät, das Ihren Bedürfnissen entspricht und das Sie gerne nutzen. Auf diese Weise wird das Cardio-Training zu einer positiven Erfahrung, die Sie regelmäßig wiederholen möchten. Viel Erfolg beim Trainieren und bleiben Sie gesund! Ciao! 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 –ige. Bis zum nächsten Mal.